Melee eigentlich, ne? Oh, Nachtelfen können Mönche spielen? Ja, das können alle, fast alle Mönche spielen. Nur der, äh, die fangen auch alle in ihrem Startgebiet an. Ja, nur der Borg und der Goblin können es nicht. Genau. Gut, Krieger. Genau, du willst Krieger spielen? Ich, achso, du nimmst auf? Ich streame. Dann starte ich jetzt auch mal. Genau. Jetzt runter, dann starte ich zeitgleich. Ja, es läuft schon, ihr könnt einfach anmachen. Erstmal. Dann sag ich halt Hallo und dann habt ihr an. Naja, bei mir werden es halt folgen. Soll ich eine Anmod machen? Ich weiß es nicht. Ja, komm, Kinsey ist total verpeilt, lass sie eine Anmod machen. Okay, ähm, ich zähle unter 3. Seid ihr alle bereit? Ja. Wir sind alle bereit. Stream läuft. Der Stream läuft sogar. Ja. Ich hab schon streamt. Na, wir möchten jetzt nicht weiter ausführen, was du getrieben hast. Äh, apropos getrieben. Nein. Ähm, ich zieh mal runter. Ja, 3 auf 0 dann, ne? Ja. Die ich dann auch nicht sagen werde. Ja. Sehr gut. 3. Ich fang nochmal an. 3. Warum ist du eigentlich... Kinsey! 3, 2, 1... Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen heute mal ein bisschen WoW spielen. Ein bisschen ist gut, weil wir leveln von 0 auf 100. Ist das nicht der Burner? Sag mal Hallo, Leute. Burner. Burner. Oh mein Gott. Ich muss das aussehen erinnern, der sieht so schrecklich aus. Okay, wer fängt... Also, Mann, der ist ganz schick. Mit welcher Klasse fangt ihr denn jetzt an? Spielt ihr Zwerg oder was spielt ihr? Ich bin Zwerg. Na, ich... Ich nehm definitiv Zwerg, weil die Gnome können keinen Jäger. Ich möchte ein anderes Gesicht haben. Schade, ne? Das ist hässlich. Ich hätte ja gerne einen Trolljäger gemacht, aber... Na, aber geht ja nicht. Na, will ja nicht. So, was nehm ich denn? Oh, ja. Ich... Sexy. Was? Ja, ja. Ich war jetzt schwanke gerade zwischen Mensch und Gnome. Grün. Ach, komm ich in den Menschen. Dann komm ich rüber gelaufen. Ich glaube, ein Mensch ist wahrscheinlich auch besser. Mensch... Ich mach aber auch ein Schurke. Ich mach jetzt ein Schurke, weil wir brauchen eine Linie. Ja, aber ein Jäger ist schon mal wesentlich besser als so ein Zwergjäger. Warum? War keine Zwerge. Zwerge sind cool. So, dann würden die den... Steingestalt erhöht Dritte. Findet mehr Archäologie-Fragmente. Toll. Dann lieber ein Mensch, der hat erhöhte Vielseitigkeit. So, ein bisschen böse gucken. Ich brauch nen Namen. Oh, aber dem geb ich... ...für mal ne andere Hautfarbe. Hell. Heller. Noch heller. Zu hell. Ne, ist nicht. Ja, ich wär soweit. Ja, du bist soweit. Du bist soweit gekommen. Kleiner Moment. Ach komm, offene Haare. Shit drauf. Haarfarbe. Schwarz. Wo ist denn schwarz? 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 Mein Charakter hat nen ganz langen Missschwert. Brauchen wir nicht. Hautfarbe. Bist mit eindeutig zu hell. Ne, das ist mit zu dunkel. Das ist zu gelb. Du, gucken wir mal noch... War mal der Baum abgesoffen oder warum ist so bei der Charaktererstellung so ein Stormwind-Gebäude? Was? Bei meiner Charaktererstellung bin ich nicht mehr im Wald. Bin in so einem Stormwind-artigen Gebäude. Ja, bin ich ja auch. Ja, aber das war doch sonst anders. Ja, das haben sie irgendwann mal geändert. Okay. Oh je, ich kann mir einen fitten Bart verpassen. Oh ja. Aber ich nehm den doch. Oder den. So, ich hab mir gerade mal eine zweite Zanaria erstellt. Das sieht aus, ist aber aus der Nase schon, oder? So, ich mach mich da mal auf den Weg ins Zwergengebiet. Ach, du hast nicht startet? Ich guck mir das Video noch an von den Nacktelfen. Ja, ich... Bei mir läuft es ja auch gleich noch, aber ich hab'n ziemlich... Ich glaube, ich hab'n weiteren Weg. Aber ne, wir haben einen gleich weiten Weg. Okay, dann machen wir mal. Da haben wir da, oder? Da sind ja alle soweit. Wir haben schon alle gestartet. Wir wollten die stolzen Menschen im Sturm. Was ist denn ein Jägernames? Jetzt bin ich im Wald. Ich hab' das Video... Ich hab' das Video jetzt mal geskippt. So, danke und tschüss. Lauf, kleine... Irgendwas gibt's im Shop. Dieser Name ist nicht verfügbar. Herr Darmus. Ach, ich muss ja meine Account gebundenen Sachen auch noch anziehen. Uh. Ja gut, ich geh' auch rein. So, einmal... Boah, mich erschlagen gleich die Addons. Dies gleich. Haha, vergiss die Addons auszuschalten. Oh, okay. So, mal anstehen. Boah. 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 Boah, jetzt muss ich mal gucken, was ist denn das hier? Hm. Das Braurigste. Account gebundenen Sachen hat, weiß ich auch nicht. Ich muss meinen Zuschauern ja noch sagen, sorry, dass so lange nichts kam. Ich hatte viel zu tun. Ja, also wirklich. Asche auf dein Haupt. Wie kannst du nur dein... Hast Ersche auf mein Haupt? Genau, Ersche auf dein Haupt. Ah, ja, ich frag' gar nicht aus. Ging, sie ist heute ein bisschen neben sich. Ja, ich bin ein bisschen angeschlagen, ich hab' wohl eine Erkältung. Aber ich muss zu den Ersten noch was sagen, dann bitte nur am Hauptfuss. Ah. Tobi, du bist raus. Ich sag' nix mehr. Ich rede mit euch nicht mehr. Oh, der Reiter ist gerade in Goldhallen. Oh. Was ist das? Warum ist meine Charakterleiste da oben? Ach, bist du schon so nix? Ja, ja, ich hab' schon... Bin schon lang am Laufen. Ich komm' hinterher, ich komm' hinterher. Das ist noch da. Wie bist du auch Mensch? Ja. Ach so, hab' ich gar nicht mitgekriegt, dass du mein Spitz bist. Mensch. Ja, Mensch. Hallo in the Stream. Hi. So, da muss ich schlafen. Klaas. Kommt. Wer auch mal reingekommen ist. Kommt hier hin. Wo Hieke extra, klar. So. So. Laufen, Laufen. Das ist einmal die Schulze. Immer noch was. Ja, den Kopf habe ich schon, ich muss es gleich mal gucken, was ich hier noch an, ähm, an Dings brauche. Hm. So, ich flieg' mal rüber, ich bin... Ich hab' zwei Waffen, jetzt muss ich mal kurz gucken, was nimmt er denn da? Nach IF müssen wir... Tempo oder CRIT? Tempo oder CRIT? Nehmen wir CRIT, oder? Ihr habt nicht genug Gold, das ist aber schlecht, also muss ich nach IF? Oh, neee. Hobi, wir haben nicht genug Kohle. Fuck. Wir müssen mit der Tiefenbahn reisen. Oh, okay. Ähm, ja, ich hab' ja auch kein Geld. Aber ich hol' mir mal eben mein, äh... Die Bahn, die wäre sinnvoller gewesen. Ja, aber da müssen wir ja erstmal hinkommen. Ich such' grad' meinen Level 1 Mount. Wir können doch sowas. Ja. Komisch. Ich such' das nur gerade. Da ist er. Ich ist nur da hin. Da? Was ist mit Chopper, ne? Ja... Die Chauffeur, äh.. Chopper mit Chauffeur, oder so... Ah ja, ich hab' ihn schon... Dann, dann, dann... Dann, 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 dann... Also den Kopf hab' ich schon mal an, die anderen Sachen muss ich mal gleich nochmal... Und der war, glaub' ich gar nicht schneller, oder? Hm. Schneller wie Laufen. 560 prozent na gut das und ich habe ja ich mache das auch gleich vor ort ich habe auch noch keine tasche nix aber da so weit kommen wir ja noch das muss man eine waffe cool ich hole mir dann gleich mal den weidemann buff ob bist du schon am stadt oder ja ich warte an der tiefenbahn auf dich ich habe mir noch eine waffe gekauft was denn hier los denk dran wir den 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 weidemann buff zu holen tobi ja ja deswegen naja ich warte an der bahn ich werfe mich vor die bahn für dich mir fehlt noch ein erbstück ich muss noch mal kurz nachschauen der eigang ist war kusel macht hier so von von sw die haben die ganzen statuen haben sie haben sie hexenköpf hüte aufgesetzt das wusstest du gar nicht den habe ich noch gar nicht gesehen ich achte doch auch nicht immer auf alles ich glaube ich sehe dich doch nur um kutschieren ich bin doch schon so lange am zocken ich bin ich ignorier doch die cent alles ich hab's gemerkt bei deinem ja bei einem horror game dass du auch nicht wirklich auf alles deine umgebung achtest also also ich habe mich schon um als du das hänsel und gretel hast du nicht zu ende geguckt du hast das letzte bild verpassen ich fand das war das witzigste bild überhaupt die rechte aufgefuttert habe ich das bild verpasst du hast das bild verpasst du hast dann gelabert hat dann schon aber bei dem kopf sich rum trete auch wieder rum guckst du wohl nach vorne habe ich gesagt scheiße richtig schön in die hose in der höhle und bei dem kopf auch kommt wieder rum guckst du wohl nach vorne ja du weißt ja wie das ist wenn man angst hat dann labert man so lange bis man keinem angst mehr hat ja du musst mehr um die umgebung achten also ich habe ja die steine und so habe ich ja alles gesehen aber ich habe das mit dem letzten bild ich habe glaube ich angst gehabt dass irgendwo jetzt ins jumpscare kommt wahrscheinlich habe ich deshalb das bild nicht gesehen das kann natürlich sein also man sieht in deinem video ganz so gerade noch so dass da ein bild ist aber du hast nicht hingeschaut nie weil ich angst hatte kommt jetzt irgendwas genauso wie in der mitten im tunnel auf einmal chat da stand wo ich mich da so erschrocken habe und das habe ich zum beispiel gar nicht gesehen doch der stand auf einmal links auf der seite wo ich so war jubilon geiler name jubi war schon vergeben dann ist mir nichts dummes eingefallen in der schnelle so mein gucken was brauchen wir denn noch deutsche ich habe das war ja ja ich habe ich habe ich die hose nicht ich glaube ich muss gleich mal umlocken mir die hause kaufen ach so ich habe das falsche schwert genau ich habe die hause vergessen ach also ich bin dafür dass du dir eine hose anziehst yeah hosenlos oh bitte so aber interface erst einmal einstellen so ein dolch zwei dolch du kannst ja nur einmal tragen Beine ganz wichtig Beine Brust Brust da ist halt auch da rennt es für eine hochheilige Attacke das geht als Teilschwert Schulter Scheiße das hat ja Beweglichkeit Schmuck Ach komm nehmen wir das oh wie schlimm es gibt Beweglichkeit nicht auch ausweichen ja ne so ich habe hier eh nur meinen Wolf können wir das halt schon Teilschwert gekauft he 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 er für sich 1,70 ja das passt schon zack zack ich brauche mir die anderen auch nochmal hin zack zack und zack nur Hals habe ich glaube ich für nen Schucken nicht Hals? 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 es gibt Halsschmuckstücke ja echt? ja also doch mir werden nur Finger und normaler Schmuck angezeigt gab es nicht auch Hals? er fehlt nämlich noch der finger habe ich so ist habe ich sowieso 100 der schmuck nach du auf und davon ja ich habe jetzt pvp schmuck ganz weit und angelegt weil ich habe nur den tank schmückchen ich muss mal eben den titel ändern sehe ich gerade wir haben ja keine schlotternächte doch es gibt den hals sehe ich gerade ach ich dachte dass der schmuck gegen stutt muss ja sagen ich habe auch mit meinem anderen zwinken world of warcraft so von hier aus runterfliegen aber das geht wahrscheinlich nicht hier aus runterfliegen geht nicht oder so wo es runter ich bin gerade mal kurz musst du gerade mal kurz was einstellen weil der falsche titel drin stand es statt nach schlotternächte drin sicher schlotternächte im prinzip wenn man ganz genau ja noch ja aber ich habe jetzt ich habe jetzt ja hast du genug kohle dafür da noch kostenlos echt aber wir müssen ja ein eisklamm zahlen denk dran ja von da aus ist dann noch und ich schlopke mich aber dann aber noch mal schnell um und wo mir ganz ganz schnell die hose ja so da kann ich nicht ohne hose rumrennen nee das will keiner sehen komisch ne kinzi was entschuldigung einen halbnackten jobi will keiner sehen oder ohne hose ja ich weiß nicht vielleicht also kinzi möchte das sehen hat dann sehe ich gerade also schuhe gibt es nicht schuhe hände und pannsgelenke scheiße keine kohle ja genau ja du musst und gürtel du musst laufen ja genau so wie wir auch ach du heilig hier steht gerade eine große aber ich muss nicht nur laufen ich muss auch schwimmen wieso musst du ja du musst mit dem schiff rüber gibst du ein schiff bei alt rassil ja gibt ein schiff nach sw alt rassil echt